so hallo da bin ich wieder so schaut ist das programm wirklich ein bisschen abgestürzt aber gottse dank hab ich also hab ich nix aber jetzt wieder okay hab ich schon gedacht alles immer sonst passen gut dann machen wir den Sound durch weil da auch nix reagiert hat da warte mal das machen wir ein kleiner Pirkelwald hier drinnen oder in anderer Linie na super egal es muss von da hinten gescheit ausschauen ich glaub das schauts ja nicht wirklich aber gut da müssen wir ein bisschen tricksen oder auch nicht tricksen so da da NETTO NETTO äh ja ja gut dann hat das wenigstens ein bisschen eine Front da aber wie da 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 gut na schau haben wir gesagt was geht nein das ist zu breit gut dann haben wir gut wo haben wir denn die verbaut und auch haben wir uns verbaut die DREK SIDE gut dann Ja, schau doch mal dazu, bloß. Gut, ich könnte eigentlich eventuell, könnte ich die da auch durchziehen, da nur so, weil ich es kann, schau mal so. Ähm, ich muss auch da jetzt anfangen. So geil, wenn es ein bisschen verwachsen ist, ist es vorher, also, ja. Passt, haben wir das auch erledigt da. Ich werde eventuell hier auch beobachten gehen, gut. Passt. Gut, der Los ist frei. So, wenn wir da jetzt noch ein bisschen was verschieben da. Was ist, wenn ich mir das jetzt da. So. Tja, aber. Aha, die verschwinden. Okay, wenn ich weiter weg gehen will, ist es ja wurscht. Okay. Hm. So, was ist da hinten, das ist eigentlich, wurscht. Ich müsste da eigentlich irgendwo, irgendwie, Parkblitz dazu machen, da. Ja. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Mal so. Ja, passt schon mal. Jetzt machen wir es einmal so. Dann wären wir da. Das überlegen wir auch ein anderes Mal. So. Okay. 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 Haben wir mal das Gleisfeld. Jetzt da. Okay. Da ist eigentlich. Na ja. Schauen wir mal, wie wir das jetzt zusammen gewinnen. Ja, passt schon. Dann ist das Pistole asphaltiert. Passt schon. Gut. So. Ähm. Ach, hey. Das geht bis der Fiere. Eui, eui, eui. Eui, 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 eui. Pff. Okay, das können wir da. Entsorgen da Ist das überhaupt Das ist eigentlich gar nicht Im Winkel Genau so Ok Ach du Schande Ich muss ja das da nach hinten fertig Ach du Schande Wenn ich da hinten jetzt Gut das könnte man eigentlich Sporen da Die Brücken da Ich will sicherlich kein Brücken da drüber machen Ok das wird bis da her Gut da müssen wir die A-Strauss machen Lässt du da da? Ja Ja Passt Dann können wir das eigentlich noch ein bisschen da nach hinten gehen Ok Ok ich habe da eigentlich da Pappe Ja Jo Ähm Ich muss das jetzt da oder was Also da habe ich D-Strauss Aber Boah Na gut Egal Das machen wir so Das machen wir auch so Das machen wir auch so Was ich da mache habe ich keine Ahnung Das machen wir aber Oh Gute Das machen wir auch so Das machen wir auch so Das machen wir auch so gut Ich würde das machen Irgendwie fällt mir da oben der Plan. Da muss ich auch noch irgendwie... Gut, das ist eigentlich da. Warte mal. Gut, da könnte ein Parkplatz machen. Ich muss ja nicht viel besetzt sein. Aber das mach... Planung noch nicht abgeschlossen. Gut, das ist ja meine Zley. Aber ich hab ja eigentlich die Kameras... Nur in die Riecht. Gut, der fährt da hinten jetzt durch. Das ist ja eigentlich... Guck, Guck. Aha... Es ist nur noch nicht hier. Ich hab doch oft, weil das... ...blablabsch, das ist dann... ...hm... 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 ...nach... ...sie schon... Ok, machen wir mal das weg. Das war eigentlich der Wuppen, was ich tut wollen, aber Opa, würde ich vielleicht gehen, aber... So, da brauche ich eigentlich eine... Genau, mache ich eigentlich dieses hier. So, na klar. Na klar muss es sein. Ein muss ja immer dagegen sein. So, schaut es aus, wenn der es richtig gesetzt hat. Ja, gut. So. Gut, das ist eigentlich nur eine Nebensache. Der Long Factory setzt sich da sicherlich keine mehr hin. Hm... Gut, dann reden wir gleich, wenn wir da mal... Was war das? FMA war das glaube ich FMA Ö...City? Nein, wollen wir nicht, weil ich den gesagt habe Brickbuilding Okay, das ist jene, ich wusste Was war da? Aha, das ist Okay Das ist so Wie bitte waaat? Ich bin jetzt Was eigentlich ist noch ein bisschen falsch Okay Ich hätte mir gedacht, dass die Gedreht sind aber es wurscht Also auch gedreht ist auch entgegengesetzt So So Effekt Ich bin nämlich Ghosts Granny Grass Äh Industrial Modul Ja Oh nein Gut, das ist so schön Wo habe ich denn da? Ah, da ist das Da ist er gekommen Ja gut Ja gut Ja, das passt So wie es ist Ähm, ja Ähm Ähm Gut, da weiß ich noch was Naja Es ist nicht unbedingt groß Naja Es ist nicht unbedingt groß Es ist auch nicht für größer Aber Es ist auch nicht für größer Naja Ja 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 So wie das ist da Das ist da Das gibt Bis da Ja, da kann er noch rein führen Hm Was mache ich denn Was mache ich denn Brachligendes Land Was geht Wie geht denn da Jetzt Wie geht es denn da Und da geht es bis zu her Da geht der Zahn Gut, Mauer Hm, na gut schauen wir mal weiter, so Industrial Modul, ah Shell, okay, gut dann ist das Abstand Norman, die, Paris, Paris, Trickmark, achso, Scraps, Townhouse, Drexelwarenhaus, aha, Drexelwarenhaus, aha, Drexelwarenhaus, hm, ja, ja Und da sind wir schon aus, FMA, gut, damit ich das schauen will, andere, andere Dings, Fums und andere Labels, was ich hab Oh, ich könnte da aber eigentlich, so Fabrikan da hinsetzen sollen Hm, ja, gut, das schaut einmal so, aber ganz, ganz lustig aus Aber wie weit gib ich zu, ah Los mach ich davor Ja Zum Asphalt, ja, natürlich Gut, was nehmen wir denn da für ein, blaa Na also sind, die sind eigentlich gegen Katerpillar, na klar Aha Und, dem sind Trans, Transvestite hätte ich wohl gesagt Äh, Transformator und Krillschlitz und, ähm, Schlitz, ja, genau Hei wollte das, keep out, ja wenn wir da reingucken, na jo jo So, äh Ah Ok, das ist, mhm, aha Na ja gut Jetzt kriegt noch einer Auffall Also das ist auch Klimaanlage Und was soll das sein, wenn es fertig ist Das soll vielleicht auch Klimaanlage sein, das kann man es nicht sehen Hoppala Ja Hoppala Hm 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 Ja Es ist ein Fichte Asjonade, das ist wieder Aha Aha Ja Jo Ein anderes Mal und woanders So Ja Gute Inlos, wo dahinten und weg Ja na, soe, hier ist aber eh nicht wo hin Nee, nee, nee So, dann werden wir das noch ein bisschen einfärben, so. So, dann werden wir das noch ein bisschen einfärben. So, dann werden wir das noch ein bisschen einfärben. So, dann werden wir das noch ein bisschen einfärben. So, dann werden wir das noch ein bisschen einfärben. So, dann werden wir das noch ein bisschen einfärben. So, dann werden wir das noch ein bisschen einfärben. Dann werden wir das noch ein bisschen einfärben. So, dann werden wir das noch ein bisschen einfärben. So, dann werden wir das noch ein bisschen einfärben. So, dann werden wir das noch ein bisschen einfärben. So, dann werden wir das noch ein bisschen einfärben. So, dann werden wir das noch ein bisschen einfärben. Pfff! Da war der Hundrat mehr Rüst. Äh, na, das passt nicht. Gut. Gute, 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 Gute. Machen wir da mal ein Car-Spring Englisch, ja nein, ein Car-Spring, ja klar, das sind fast so gelobig die Autos. Hm, Ups, da habe ich jetzt nicht was der andere Car-Spring hingestellt. Na, da muss ich mal was auch, dass ich finde das. Hm, Wattel. Na klar. Ja, aber ich schätze mal. Haben wir vier, da haben wir ein Seat. Schon wieder so. Äh, Watt. Aha. Na, das brauchen wir da nicht. Nissen Primera. Ja, genau. Na, was sind das für Relationen. Ja. Ja, genau. Tch. Tch. Okay. Bist du sonst klar, oder wie? Also, Null-Timer brauchen wir ja eh nicht. Na gut, da werden wir dann offline ein bisschen, offline, ja, offline ein bisschen Sorgen machen. Aber eigentlich, gesehen hat man es da hinten nicht. Was? Das gehört dazu. So, was wir da jetzt da... Nein, geht es da gar nichts. Ich werde da trotzdem eine Kamera einsetzen. Oh, ein Beobachter, genau. Gut. Dann schauen wir mal, was wir fabriziert haben. Gut, warte mal, ich muss da noch die Weichen umstellen. Okay, da kommt rechts. Zack, 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 zack. Ah, ja. Ah, was mach ich denn da? Ach, ah, je, 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 je. Habe ich denn noch Grütze im Schädel oder was? Gibt es ja nicht. Ich glaube, zack, zack. Das muss auch da. Da fährt der da um. Dohuma, Dohuma, Dohuma